Hallo! Baaah! Auftritt versaut. Aber egal! Willkommen zu einem neuen Let's Play von... Let's Play. Willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart Wii. Let's Play. Egal. Wir haben die Blumencup erfolgreich geschafft. Und in Varios Goldmine bin ich... Hab ich so gefailt bei der Abkürzung, Mann. Das ist so scheiße. Oh, nein, Mann! Das Schlimmste kommt zum Schluss. Und das ist das hier, okay? Der Sterncup bricht an. Ja. Die letzte Strecke ist die Hölle. Wie ihr schon gesehen habt. Egal. Wir spielen mit Knochen trocken. Mit dem Willy-Willy-Bike. Ah, das ging... Das war ein beschissener Start. Aber das Willy-Willy-Bike ist schon ein cooles Bike. Es ist nicht einfach nur ein Bike. Es schafft übelst die scharfen Kurven. Mit denen kann man übelst die scharfen Kurven fahren. Und ja, es ist mein Lieblings-Bike. Mein Kakusen ist noch da. Oh, mein Gott. Mit deiner Riesenkiste musst du hier nicht der, ähm... Äh... Ja... Nicht wie Funky-Kong sein, okay, Donkey Kong? Ähm... So, die Pilze spare ich mir auf. Spare ich mir für die Abkürzung auf. Ist cool und... Oh, Gott, Mann! Ah, Donkey Kong, du bringst mich noch zum Abkacken! Du bist so scheiße, Mann! Ja, Boser muss es nachmachen. Er hat die gleiche Karre. Naja... Kann man das machen. So... Auch wenn... Auch wenn ihr jetzt sagt, wieso behältst du den Pilz, Mann? Für die Abkürzung, okay? Für die... Für die... Für die... Dings... Wisst ihr schon? Für die Abkürzung. Bei Vulkan-Grollen gibt's so eine beknackte... Okay, das wird nicht mehr. Abkürzung! Jetzt mach doch, Mann! Du bringst mich auf 180! Wieso fahr ich den falschen Weg? Wieso brauche ich jetzt unbedingt drei Pilze, Mann? In der Situation brauche ich keine drei Pilze und da ist Didi Kong mit seinem Blue Parkar. Erster Platz, bitte, bitte, bitte! Ja! Nein! Foto-Finish! Und wieso kriege ich mit... mit zweit... als... Zweiten... Zweiter Platz? Wieso kriege ich da drei Bananen? Ey, das ist doch blöd! Irgendwie sollte ich dafür einen roten Panzer oder einen grünen Panzer kriegen. Oder einen Pilz. Aber was bringt mir drei Bananen? Nichts! Außer, dass ich sie nach hinten schleudern kann. Aber... Keine Ahnung. So. Ich hasse dich, Mann! Oh, was war das denn? Das war ja übelst knapp. So, darum kriegt man Items, wenn man will. Bei Vulkangrollen, da gibt's die beschissenste Abkürzung. Die es bei einer Strecke geben kann. Die ist so doof! Die ist so schwer zu machen. Die ist auch nur bei Zeitfahren möglich. Und wieso beballert hier mich irgendein beschissener Computer mit einem roten äh, Dingsbombs. Mit einem... Ja, toll, ich werd' kleiner, aber bringt nichts. So, ich krieg'n Stern und kann da durchrasen. So, du verschwindest. Hm. So. Ja, weil... Ihr müsst euch jetzt einfach mal ein Video angucken mit... Ja. Also, Mario Cardi, Abkürzung. Ja, das ist ein bisschen... Und da kommt auch noch die Abkürzung vom Vulkangrollen. Die ist doof. Das ist einfach nur doof. Die ist sinnlos. Ja. Die ist so doof. Die ist so doof gemacht. Die so... Keine Ahnung. Ich... Ja. Ich find' sie einfach nur... Äh... Bekloppt hingemacht. Also, keine Beleidigung für dein... Für das Spiel, aber... Ja, es passt eben nicht. Und wieso hab ich die grünen Passer abgeschossen? Den wollte ich gar nicht abschießen, Mann. Aus purer Langeweile, oder was? Mein Gott, Delikon, wieso bist du überhaupt Erster, Mann, mit deinen scheiß Blubberflitzer. Oder was das so... Was das so für ein Fahrzeug ist. Hm, so... Mit meinen... Gegen meinen Willi-Bike hast du keine Chance. Äh... Na, das war ja so klar. Mein Gott! Dein scheiß Blubberdingsbums! Das ist so kacke! Verschwinden einfach. Danke. Oh, Mann! Du sollst doch... Oh, mein Gott! Du sollst verschwinden! Für... Für immer und ewig! So! Roter Panzer! Was? Wieso hast du einen grünen? Erwischen noch von der Seite! Erwischen noch von der... Oh, mein Gott! Wieso fahr ich denn in diesem blöden Wasserfall? Ja! Ja... Warum? Das schaffe ich doch nicht mehr! Bis zum ersten Platz! Das ist doch scheiße unfair! Das schaffe ich doch niemals! Ich werde doch bestimmt mindestens nur dritter oder zweiter! Ich will diesen Part nicht nochmal machen! Und diesen Cup! Ich will diesen blöden... Scheiß! Stern Cup nicht nochmal machen! Der ist kacke! Ich will erster sein! Das ist doch dumm! Das ist doch dumm! Mann! Gäbe es doch bloß Magie, dann würde ich mir wünschen, dass mein Husten für immer weg wäre! Das ist auch für immer! Und ewig! Oder es gäbe ein Heilmittel, mit dem man nicht mehr husten... Mit dem man keinen Husten mehr kriegen kann! So, wo ist jetzt Diddy Kong? Ich will den richtig in den Arsch drehen! War es ja das Letzte? Wieso ist denn Wario... Gott, fucking so schnell... Wieso ist denn der Erste? Ah, gut! So, die nächste Abkürzung... Ist das gewesen? Mein Husten legt sich wohl gar nicht mehr! Mein Gott! Sterbe! Oh, cool! Diddy Kong ist so dumm und fährt einfach in meinen grünen Panzer hinein! Super! Was hat denn Wario für eine Karre? Wieso ist denn der so schnell? Ja, bringt ja auch nichts mehr! Blooper! Ich habe zu dem immer Tintenfisch gesagt! Mein Gott! Wieso geht denn das? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Was war das denn? Alter! Du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass... Was hat denn der für eine scheiß Karre, Mann? Oder ist das das Wario Bike? So, der rote Panzer bleibt meine Reserve. Falls Wario aufholt. Aber der tut da wohl gar nicht. Ja. Das Schlimmste kommt zum Schluss. Oh, blöder Wiggler! Wieso musst du das unbedingt machen? Oh, ich bin doch schon wieder an dem Beschissensten... Ich will es nicht nochmal haben. Ich will nicht nochmal letzter sein. Verkack dich, Todmann! Ich will einfach nur zweiter... Mann! Fucking Shell! Boah, ich werde das gleich wirklich beenden, Mann! Wenn das hier nichts wird! Oh, das ist doch fucking unfair! Das ist fucking unfair, Mann! Äh! Ja! Sechster, du Arsch! Willst du mich ver... 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 Na, was ist denn das für ein... Das ist so ein unfaires... Renngewehr... Oh, das ist... Ne, Tieter! Das ist so unfair! Echt jetzt! Ey, nur wegen diesem Scheiß! Wasserfall! Nur wegen diesem Kacken Wasserfall im Cooper Cup! Und wieso kriege ich jetzt so eine Scheiß-Wolke? Wegen diesem blöden Woll! Wegen diesem Scheiß... Wasserfall! Bin ich jetzt... Am Arsch! Am Arsch! Ja, Mann! Und jetzt muss ich den ganzen Cup da nochmal machen! Ey, wisst ihr, wie anstrengend die Kacke ist? Richtig! Voll, jesuhe, so nicht so spaßig! Das ist doch die reinste Scheiße! Sowas... Oh, Mann! Dieses... Spiel ist einfach frustrierend! Und die Strecke ist einfach nur... Ah! Mein Gott! Aber... Was will man dagegen machen? Nichts! Mann, ich will erster Platz werden, Didi! Fahre jetzt nicht runter! Bitte! Ich fahre jetzt genau den gleichen Weg wie Didi Kong, Mann! Komm her, Mann! Komm her, Mann! Komm her, Mann! Ich kotze ab! Mann, ich begegne gleich Selbstmord, wenn mein Husten nicht aufhört! Aber das werde ich nicht tun, weil ich nicht so dumm bin! Ich krieg noch nicht mal eine IT in der Box! Oh Gott, wie viele Panzer willst du noch hinter mir herschicken? Ach, du bist so ein Arsch, Tod! Wie viele hast du denn? Alter! Jetzt komm mir nicht mit deiner blöden Wolke an! Bleib mir bloß vom Leibe, Mann! Geht doch! Oh, Mann! Der Part wird so scheiße lang werden! Oh, Zweiter! Das hilft mir auch nicht weiter! Und wieso? Wieso kann Don... Wieso kann Baby Donkey Kong oder Didi Kong... Der ist doch scheiße! Arrrr! Fünfter Platz! Das ist doch... Das ist doof! Das ist scheiße unfair! Wieso... Wieso hat... Didi Scheiß... So einen blöden... Blooper... Blooper... Dings... Scheiß Blooper Card... Das übelst... Schnell ist, obwohl... Der cheatet doch, der Arsch! Der cheatet! Alter, der Ding kann doch nicht so... Der kann sich doch in den Arsch ficken, Mann! So kein... Wieso ist... Wo ist der Teil? Wieso ist dieses Blooper-Teil schneller als das Willi-Bike? Ich meine, das hat übel viel Tempo und Mini-Turbo! Ich nehme jetzt den Kami-Knaller... Und wenn es damit nicht geht, dann breche ich den... Breche ich das ganze Let's Play ab! Weil das überhaupt nicht gilt! So, den ganzen Karten nochmal! Auch wenn... Wenn es sein muss, ich will nicht so scheiße dastehen! Machen wir es mit dem Kami-Knaller! Und wenn es da nicht geht, dann schmeiße ich das Spiel einfach nur in den Müll! So! Wieso ist Donkey Kong jetzt... Ach, Donkey Kong ist ja ganz hinten! Oh Mann, wieso ist denn Diddy Kong immer erster? Mit seinem Scheiß... Ach, das ist nicht Diddy Kong, das ist scheiß Baby-Man! Mario! Mit seiner... Mit seiner ach so geilen Karre! Das ist der Blue Falcon, ne? Mit dem er fährt! So! Vielleicht liegt es ja auch dran, dass ich nicht so viel geoffroadet habe! Mensch, Baby-Mario, einfach so eine falsche Itembox nach vorne zu werfen, bringt ja auch nicht weiter! Und da reinzufahren, erst recht nicht! So! So, die Banane... Oh Gott, wieso fahre ich denn in eine Banane rein? Nein! Das ist so Idioten! Scheiß! 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 Schablam! Hm! Ah, mein Gott! Fahr nicht mit deiner... Donkey Kong, dein Ernst! Du fährst mit der Scheiß langsam! Sternschnuppe? Dein voller fucking... Wer hat die Banane da hingelegt, Mann? Wenn ich ihn einmal treffe, dann ist er übelst langsam. Kommt gar nicht mehr voran. Jetzt gib mir einen scheiß roten Panzer und nicht so eine Kacke. Das macht doch keinen Spaß. Aber seine Sternschnuppe kommt da auch nicht weit. Wir haben gewonnen. Also den ersten Platz errungen. Als nächstes kommt der Cooper Cup. Da, wo ich die scheiß... wie ein scheiß Wasserfeuer runtergefallen bin. Aber... Was soll's? Diesen nie gemeine Problem. Oh, jetzt verschwinde, Donkey Kong, mit deiner Scheiß-Sternschnuppe, die ist schlecht und scheiße. So, ich komme da nicht klar. Und... Die ist nicht so toll. Die ist scheiße schlecht. Guck dir mal die Werte an. Beschleunigung Die ist scheiße. Die ist scheiße. Äh... Tempo ist mittelmäßig. Äh... Aufroad ist kacke. Driften ist ja totaler Scheiß. Und... Ich... 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 Nach vorne fährst. Wieso bin ich jetzt klein geworden? Sternschnuppe... Sternschnuppenbike ist der... ist der letzte Scheiß. Wenn man... Wenn man Donkey Kong jetzt einmal trifft, dann... Äh... Ja, ist er... Übelst langsam. So... Kann ich so schnell... Beschleunigen. Ne? Ist schon doof. Aber... Oh, danke. Danke, dass du das elektro... Elektrisierende... Rad gefahren bist. So... Den gleichen Fehler... Ich hab doch den Scheiß... Shell-Panzer... Oder wie der Kack auch heißt. Ich hab den eingesetzt. Ich hab sogar gedrückt gehalten. Aber... Aber er setzt es nicht ein. Er setzt es nicht ein. Und was war das für eine Kacke? Nein, Mario. Du kriegst nicht die Chance, mich umzufahren mit deinem Kack. Maxipilz. Oder Riesenpilz. Oder Minipilz. Oder normalen Pilz. Oder Giftpilz. Oder irgendein Scheißpilz. Pilz, Pilz, Pilz. Höh... Wer ist denn jetzt schon wieder ausseil? So. Oh, Babypeech. Du bist doch auch so bescheuert. Wo sind die? Das ist hinter mir, ne? Aber... Cheap, Cheap Card. Blöd. Oh, was war das denn für eine... Was war das denn für ein Abstand? Zwischen dem Elektrorad und dem... Äh... Dingsbums. Ja, das mach ich absichtlich. Welchem Ziel denn? Fahr ich einfach runter. Ne. Fahr ich einfach runter. Weil es mir so unglaublich großen Spaß macht, dass es knopkentrocken passiert. Blätterwald. Auch eine super Strecke, die in Mario Kart 7 auch eingeführt wurde. Oh Gott. Verschwinde einfach mit deinem Scheiß Cheap Cheap Card. Und einfach kack dich. Geh in dein Loch. Da, wo du hingeh... Geh nach Hause. Du hast... Keine Chance gegen Knochen-Trocken und sein Karmik. Knaller. Ähm. So. 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 Die Abkürzungen fahren wir natürlich nochmal. Die Abkürzungen fahren wir doch mal. Oh. Wah-wah-wah-wah-wah-wah-wah-wah-wah-wah-wah-wah-wah-wah-wah-wah-wah-wah-wah-wah-wah-wah-da-dassen. Ihhh. Kecki. Kecki. Ja, toll. Was? Ach, der ging... He-he-he. He-he-he. He-he. Ist der erste. Yeah. ja die bei der Banane Schell Schell heißt Panzer für die dies nicht wissen so wie die die Schmacht in Schöcklein macht es falsch die macht das nämlich nicht also das was ich gemacht gerade gemacht habe wieso fahre ich denn in meine eigene Banane rein und bin zweiter dritter, vierter, fünfter, sechster mach doch noch hundertster oder mach doch noch zwölfter das wäre doch der das war doch der reizige Knaller und das war die Schau was ist das denn für ein Kack das hat das jetzt vollgebracht Mario und wieso ist Donkey Kong jetzt erster ich verstehe das Prinzip nicht mehr oder die das ist so nie logisch dass jetzt Donkey Kong auf immer erster ist meine Feuerwehr war da ohne erster so kriegst du ihn aufs Maul fertig jetzt bist du wieder letzter und Mario kriegt ens mit dem Stachipanzer auf die Fresse können wir ihn überholen und läuft da alles super Donkey Kong hat jetzt eine geringe Chance erster zu werden und Mario ist so bescheuert und hängt mir mit seinem scheiß Kart am Arsch und jetzt aufroden yeah und im Ziel oh cool schwarzer Knochen trocken passt doch so die letzte Strecke und dann war es das auch oh man seht ihr der Part ist schon viel zu lang der Part ist schon viel zu lang nur wegen diesem Kack-Fail komm du schaffst das schon du Knochen trocken du Arschkack-Pietschmann und das sind Baby-Versionen ha ich hab den totalen Vorteil gehabt ich war in der Luft weil ich auch so ein guter Spieler bin nein nein ich bin nicht so einer der sagt Alter ich bin besser als hier alle anderen ich bin ich bin voll guter Let's Player das finde ich nicht so toll wenn andere sagen ich bin der Beste ist aber nicht wenn andere sagen auch so ja abonniert mich sonst kriegt ihr ihn in die Fresse oder so also man sollte nicht niemanden zwingen äh all zu abonnieren das ist schon ein bisschen zu harte da angucken die gucken denken sie dann ist der bescheuert den abonnieren wir nicht also ihr werdet nicht gezwungen äh Videos zu oder Kanäle zu abonnieren aber wenn euch das Video wenn euch die Let's Play sogar so gefallen dann könnt ihr den Kanal abonnieren oder nicht und was ich jetzt für Quatsch labere ist mir gerade eingefallen äh es gibt doch so ein paar Let's Play die kann ich so gut kommentieren die das zum ersten Mal machen ja für die ist es eben das erste Mal da sind sie ein bisschen nervös aber das schaffen sie schon müssen sie nur üben wie man was war das denn für ein Scheiß und zu Glück habe ich den großen Vorsprung so danke ja toll was wieso wieso denn hallo du Arsch du Kackarsch Mann du willst mich doch verarschen und wieso ist jetzt Baby Peach wo ist denn Baby Peach bitte ah die ist auch da ist ja geil hä ich hab mich jetzt echt gefragt wo die ist hä ich ich wusste doch nicht dass ich erst da bin hallo mein Gott wusste ich doch nicht aber wir haben die Gold Pokale und damit würde ich auch sagen das war es mit dem Part in unserem nächsten Part von Mario Kart Week ciao